Leute, das neue Update mit der Pizza wurde veröffentlicht und in dem Tweet, den Fortnite veröffentlicht hat, hieß es, dass Klombo besonders gerne Pizza mag. Sonst ist er ja nur die Beere und ich bin gespannt, Leute, was passiert, wenn wir ihm diese saftige, köstliche Pizza geben hier in S, Klombo, S. Hä? Äh, okay, Leute, also es könnte daran liegen, dass er vielleicht die Pizza wegen der Verpackung nicht isst. Ich werde jetzt mal die Pizza aus der Verpackung nehmen und werde ihn dann nochmal, werde ihn damit abwerfen. So, Leute, ich habe jetzt hier ein Haufen Stück Pizza, vielleicht ist ja die Pizza mir hier direkt aus der Hand. Ich bin gespannt, Klombo, es gibt Pizza. Ey, Leute, vielleicht passiert jetzt irgendwas Krasses, dass er jetzt dank dieser Pizza irgendwas Heftiges droppt. Ich bin gespannt. Boah, er ist die auf jeden Fall auch. Ess, 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 Ess. Und, 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 was passiert? Oha, ich schmecke die auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Äh, und, oh, oh, oha. Er rastet aus. Okay, er hat eine Waffe gedroppt, eine grüne Waffe, wie schlecht.